Wir sind für Sie hier auf dem Schlagerstammtisch von Goldstadt TV im Marstallzelt. Hier trifft sich die Volksmusik- und Schlagerbranche und wir sind ganz nah für Sie dabei. Ist sie es oder ist sie es nicht? Schon länger wünscht sich Melanie Müller ein Baby mit ihrem Ehemann und Manager Mike Blümer. Beim Promi-Wiesentreff der Mainstream-Media-AG lächelt die 27-Jährige glücklich in die Kameras. Liegt das vielleicht daran, dass sie endlich schwanger ist? Wir haben da mal genauer nachgefragt. Ähm, nee, also es liegt einfach nur daran, weil ich einfach mal verdammte 5 Kilo zugenommen habe. Und nicht, weil ich schwanger bin, sondern weil ich einfach gefressen habe, Mensch. So. Auch wenn es bis jetzt anscheinend noch nicht geklappt hat, die Schlagersängerin und ihr Liebster arbeiten fleißig weiter am Nachwuchs. Natürlich möchte ich gerne Kinder haben und wir sind auch schon fleißig am Üben. Aber ich bin auch immer noch ganz viel unterwegs, dass wir gar nicht zum Üben kommen praktisch. Und bis es soweit ist, kann die vollbusige Blondine die Zeit auf der Wiesn immerhin noch mit einer richtigen Maske niesen. Musik 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 Musik